Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Am Start ist die Folge Nummer 52 und hier geht es weiter mit einem Zitat von Heinrich Rickert aus Hans Ludwig Olligs Materialien zur Neukantianismus-Diskussion aus dem Jahr 1987 und dort ist es, weitaus die meisten Dinge und Vorgänge interessieren uns nur durch das, was sie mit einem anderen gemein haben. Und daher achten wir auch nur auf das Gemeinsame. Obwohl tatsächlich jeder Teil der Wirklichkeit von jedem anderen individuell verschieden ist und nichts in der Welt sich genau wiederholt, weil die Individualität der meisten Objekte uns also gleichgültig ist, so kennen wir ihre Individualität auch nicht, sondern diese Objekte sind für uns nichts anderes als Exemplare eines allgemeinen Gattungsbegriffs, die durch andere Exemplare des selben Begriffs ersetzt werden können. Das heißt, wir sehen, obwohl sie niemals gleich sind, sehen sie, obwohl sie niemals gleich sind, als gleich an. Wir bezeichnen sie daher auch nur mit allgemeinen Gattungsnamen. Diese jedem bekannte Beschränkung des Interesses auf das Allgemeine im Sinne des einer Gruppe von Gegenständen gemeinsame oder die generalisierende Auffassung, aufgrund deren wir mit Unrecht glauben, es gäbe wirklich so etwas wie Gleichheit und Wiederholung in der Welt, ist für uns zugleich von großem praktischen Wert. Sie gliedert die unübersehbare Mannigfaltigkeit und Buntheit in der Welt für uns in bestimmter Weise und macht es uns möglich, dass wir uns zurechtfinden. Soweit Rickert. Ich gehe nun auf die einzelnen Punkte hier ein. Also, so war das nicht gemeint. Herausheben möchte ich das Interesse. Es kommt auf das Interesse an. Und wir interessieren uns nur für die Gemeinsamkeiten, weil sie anscheinend dann nur von Bedeutung sind. So allgemein kann man das nicht stehen lassen. Denn es kommt immer darauf an. In bestimmter Angelegenheit interessieren wir uns. Ich tue eher sie eh es. Nur für die Allgemeinheit, weil wir daran interessiert sind, dass etwas in demselben Verhältnis zu irgendetwas steht wie bei anderen. Also es ist im Grunde so etwas wie eine Anpassung oder ein Konformismus, dass wir nur auf das achten, worauf wir glauben, auch andere achten. Das ist ein Interesse, das vorhanden ist, aber auch nicht vorhanden sein kann. Aber tatsächlich, so Rickert, sind die Teile der Wirklichkeit immer individuell verschieden. Es wiederholt sich nichts. Und die Gleichheit und die Verschiedenheit, die sind aber Resultat eines Interesses und nicht Resultat einer Erkenntnis, wie man das vielleicht glauben möchte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der für den Subjektivismus spricht und nicht im Sinne einer Allgemeingültigkeit, logischen Allgemeingültigkeit, die unabhängig vom Interesse oder der Subjektivität oder unabhängig vom Subjekt existiert, vorhanden ist. Und so kennen wir ihre Individualität auch nicht. Man könnte diesen Abstraktionsprozess oder dieses Verhältnis zur Verallgemeinerung jetzt auch als Beispiel auf Umlegen, auf die Einstellung der Menschen zu Minderheiten, wie auch immer, überhaupt auf Vorurteile generell, weil die sind in der Regel auf dieselbe Analyse hier, kann angewendet werden von Rickert. Es ist immer das Interesse für das Gemeinsame. Das heißt, das Individuum wird dem Gemeinsamen zugerechnet. Man will den einzelnen Menschen, kennt man nicht, will ihn gar nicht kennenlernen, weil ja die Verallgemeinerung am Zug ist, sozusagen. Und diese Gleichgültigkeit, diese Ignoranz, gepaart mit einer Willenskraft, die eher aus Resultat einer Dummheit ist, kommt es dann zu diesen Hasserscheinungen, von denen da auf Facebook und Twitter, wie sie alle heißen, da die Rede ist. Also es ist immer eine Frage des Interesses und woher dieses Interesse kommt oder auch das Desinteresse. das zu untersuchen, wäre Aufgabe einer Bundesregierung, die den Anspruch hat, auf derartige Erscheinungen einwirken zu wollen und jetzt nicht nur die finanziellen Mittel für ein Kiezbüro zu streichen und dergleichen. Da ist die Frage dann, da geht es generell um die Frage des Interesses. Warum verlieren Leute, Kinder, gerade in sehr frühem Stadium schon das Interesse am Lernen? Da muss man sich fragen, was da passiert. Und ich denke mal, es bedarf keiner ausgiebigen empirischen Studien, das kann jeder an sich selber verfolgen. Umso widersprüchlicher eine Angelegenheit ist, umso weniger Zusammenhänge da zustande kommen, umso mehr wird dann auch das Interesse verloren, weil der Überblick abgeht und die ganze Sache nicht mehr als nicht mehr beherrschbar erscheint. Und deswegen, das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, sage ich mal, sich dann da zurückzuziehen, weil man sich auf eben diese natürlichen Prozesse dann zurückzieht. Da ist der Mensch wie ein Tier um seine unmittelbaren Bedürfnisse besorgt und es gibt dann auch keinen Blick über den Tellerrand hinaus, sondern nur das unmittelbar Konkrete, auf das man Einfluss nehmen kann, bedeutet dann die Art von Realität, auf die diese Leute dann auch in ihrer Reflexion geeicht sind. Und sowas kann man verhindern, indem einfach ein widerspruchsfreier Lehrplan durchgeführt wird, zuerst entworfen und dann durchgeführt wird. Aber so etwas ist auch nur möglich, wenn die entsprechenden erkenntnistheoretischen Voraussetzungen schon mal da sind und dann auch das Märchen von der Objektivität in seine Schranken verwiesen wird. Weil ohne die Lösung dieser Widersprüche, die sich zwangsläufig dann immer wieder ergeben, wird es da in der Angelegenheit keinen Fortschritt geben. Das heißt, die Kinder, jugendlichen Menschen werden dann früher oder später immer wieder mit Widersprüchen konfrontiert werden, die sie als machtlos erleben lassen. Und damit ist dann auch das Interesse verschwunden. Das soll es jetzt hier zu Rickert und darüber hinaus gewesen sein. Wir halten fest das Interesse und dass wir mit Unrecht glauben. Zu Unrecht wird geglaubt. Dass es so etwas wie Gleichheit und Wiederholung in der Welt gibt als tatsächlich existierend. Gleichheit und Wiederholung sind Urteilsbegriffe. Das heißt, es braucht dazu ein Urteil. Es reicht nicht, bloßes Sehen, ein bloßes Sehen gibt es sowieso nicht, unabhängig von einer Beurteilung, ob die jetzt bewusst oder unbewusst stattfindet, da gibt es kein Entkommen. Ob man etwas will oder nicht will oder gleichgültig ist, man hat es immer mit einem Bewusstseinszustand zu tun. Und in diesem Bewusstseinszustand dieser ist nicht denkbar, ohne dieses Urteil, seine Aufmerksamkeit auf dieses oder jenes zu wenden oder nicht zu wenden oder gar keine Aufmerksamkeit zu verwenden. Es spielt keine Rolle. Es gibt immer einen Träger, solange es ein Bewusstsein gibt, der für diese Zustände dann mehr oder weniger verantwortlich ist, in dem Maße, wie man sich dessen bewusst ist. Aber wie schon das Strafgesetzbuch sagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also aufgepasst im Straßenverkehr. Es geht weiter mit der nächsten Nummer 253 Edmund Husserl. Ein Mann, der den Dingen anscheinend sehr tief auf den Grund gegangen ist, bis zum Etwas, dem Ungeformten Etwas, dem Irgendetwas, Phänomenalem Etwas, Grund dessen die Erscheinung in den Vordergrund gerückt wird und eine ganze Wissenschaft, die Phänomenologie ins Leben gerufen wurde. Der Ausgangspunkt ist immer der Begriffsbildungsprozess und an dem scheiden sich dann die Geister und die Schulen und bei Husserl sieht das folgendermaßen aus, wenn er schreibt, aber da es dem Logiker nicht auf das Konkrete und seine Einzelzüge ankommt, sondern auf die betreffende Idee, auf das in der Abstraktion erfasste, so hat er unmittelbar keinen Anlass, den Boden der Abstraktion zu verlassen und statt der Idee vielmehr das Einzelne dieses, sein konkretes Erlebnis zum Zielpunkt seines forschenden Interesses zu machen. Also der Logiker hat es mit Formalitäten zu tun, weil ihn jetzt so generalisiert nur das interessiert, was verallgemeinerbar ist und die Allgemeinheit einer Sache wird auch als Idee bezeichnet, als das Wesen, die Idee von einer Sache, wobei man nicht ohne eine Definition eines solchen Wesens auskommt, die dann immer mehr oder weniger willkürlich ist, aber dieses Formale, Allgemeine als Idee beziehungsweise Abstraktion ist der Gegenstand nur das ist der Gegenstand der Logik und nur das ist auch der Gegenstand der Wissenschaft nicht der Forschung weil in der Forschung ist das Problem eigentlich immer die Einzelheit sich nicht in die sehr bekannten Allgemeinheiten einreihen lässt aber aber wenn dann die Theorie fertiggestellt ist und alles gesetzmäßig geformt ist dann bewegt man sich ausschließlich im Bereich der Abstraktionen und alles was dann so genannt wahrgenommen wird wird dann unter diese Gesetze subsumiert und sind dann diese Gesetze maßgebend für irgendeinen Vorgang wenn Husserl hier schreibt das Einzelne dieses sein konkretes Erlebnis da ist mit diesem Erlebnisbegriff da wird auch ziemlich viel Schindluder getrieben als Begriff einer Subjektivität Subjektivität ist es dann ist es noch akzeptabel wobei es für diese Subjektivität auch bessere Begriffe gibt muss da nicht unbedingt ein neuer Begriff beziehungsweise der Erlebnisbegriff da in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben werden weil Bewusstsein würde oder Vorstellung würde da vollkommen reichen hier bei Husserl ist es der Erlebnisbegriff der dann auch die seltsamsten Erwandlungen durchlebt sage ich mal am Ende steht dann wieder eine Objektivität und dann ist dann streiten sich dann die Gelehrten vom früheren zum späteren Husserl inwieweit dann sich die Bedeutung des Erlebnisbegriffes so oder so geändert hat also mit Erlebnis ist da überhaupt nicht geholfen weil ja gerade die Frage der Verwandlung einer Subjektivität in eine Objektivität oder eine Objektivität als Subjektivität das Problem ist und mit dem Erlebnisbegriff wird dieses Problem im Grunde genommen nur verschleiert sage ich mal mit dem Erfahrungsbegriff ist es nicht recht viel anders er wird auch einmal subjektivistisch gedeutet und dann ist dann wieder der Name für Allgemeinheiten das ist immer schwierig das nachzuverfolgen wie die einzelnen Autoren Wissenschaftler Forscher Philosophen dieses Kunststück von einem zum anderen vom Wort zur Sache und umgekehrt zustande bringen aber genau das ist immer der Punkt und an diesem Punkt zeigt sich dann auch was so eine Theorie zu leisten kann dadurch wie dieses Problem dargestellt wird daran lassen sich der Wert beurteilen also wie gesagt Einzelzug Allgemeinheit das die beiden Pole der Auffassung und das Zusammenbringen ist immer das Problem meines Erachtens ist das auf logisch nicht widersprüchlicherweise nicht möglich sondern nur auch objektivistische willkürlich etwas zu wollen zusammenbringen zu wollen aufgrund eines Vorteils den man sich erhofft und jetzt kommen wir zu der schon mal angesprochenen Nummer 254 und den restlichen acht Minuten die ich noch habe wollte ich das ganze kurz machen dann wäre es mit dem bloßen Vorlesen einer Vorlesung schon getan und dem Verweis auf das eben Gesagte aber ich will mich mal selbst überraschen lassen was mir zu dem Thema noch einfällt denn dieses Leben als Formalie dieses Thema das durchzieht im Grunde genommen meine ganze Widerspenstigkeit den herrschenden Theorien und Auffassungen gegenüber es nur auf die Allgemeinheiten abgesehen zu haben unkritisch abgesehen zu haben und sich auf den Standpunkt der Allgemeinheit zu stellen das war mir von jeher zuwider die Art der Begründung weil es man wird jetzt keinen vernünftigen Menschen finden der jetzt hier nicht anderer Meinung wäre so solche Sätze die haben mich immer immer schon entweder verwundert oder in mir den Wachel des Widerstand drückt aber warum ist jetzt hier die Erkenntnis Theorie ein reines Formalproblem eignet sich hervorragend als Prüfungsfrage in einer philosophischen Prüfung in einer wissenschaftlichen Prüfung in einer Logiker Prüfung zuerst einmal wie kommt überhaupt Erkenntnis zustande einmal davon ausgegangen dass Erkenntnis unter Umständen gar nicht zustande kommt diese Idee gehört mit zum Instrumentarium einer eines voraussetzungsfreien Forschers wie es so schön auf dem Papier heißt und wenn nicht von vornherein feststeht dass eine Erkenntnis möglich ist und deswegen alles was daraufhin folgt nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird jeder andere Gedanke von vornherein abwegig ist weil nicht sein kann was nicht sein darf so ungefähr dann ist die Erkenntnis Theorie auch kein reines Formal Problem denn dann wird die Formalität gar nicht als Problem begriffen wenn das aber so ist dass die Formalität als Problem begriffen ist dann ist die Begriffsbildung als Formalisierungsvorgang als Vergegenständlichung Verdinglichungsvorgang problematisch dann ist schon mal ein Verhältnis gesetzt von Wort zur Sache welches problematisch ist und dann ist lediglich die Frage gibt es eine logische Verbindung zwischen Wort und Sache das kann ehrlicherweise nur so beantwortet werden dass eine solche nicht möglich ist es gibt keine logische Verbindung zwischen Wort und Sache wenn im Ausschließungsverfahren diese Variante Alternative wegfällt dann muss ich mich fragen wie sonst ist es möglich Wort und Sache zu verbinden und diese Frage ist sehr schnell beantwortet denn es passiert ja Tag für Tag in jeder Sekunde Milliarden hoch dreimal auf dieser Welt dass jemand Wort und Sache miteinander verbindet und es nicht so besonders genau nimmt weil diese Genauigkeit für einen bestimmten Zweck der verfolgt wird überhaupt nicht vonnöten ist jemand der aber dafür sorgen will oder sorgen muss dass im zwischenmenschlichen miteinander eine Ordnung da ist in der der sich Konflikte das heißt in der Regel Interessenkonflikte lösen lassen muss sich fragen auf welcher Basis und mit welchem Recht dann dieser entweder dieser Nutzen angestrebt wird oder dann dieser Nutzen dieses Bedürfnis dieses Interesse gerechtfertigt wird im großen Stil würde das bedeuten die Frage ist wie sich ein Machtinteresse rechtfertigt wie sich ein solches legitimieren lässt und da gilt dann wenn man nicht nur bloßen Behauptungen glauben will wie ja das ist ja alles die Macht die Gewaltenteilung und alle vier Jahre wählen und damit ist die Macht legitimiert wenn das so einfach wäre dann wäre das alles kein Problem aber so einfach ist das nicht weil man muss den Wählern so viel Unbewusstheit oder Nichtwissen bei ihrem Wahlvorgang beziehungsweise ihrer Stimmabgabe zumessen dass es ein Wahnsinn wäre wenn die Politiker dann tatsächlich nach nach dem Interesse der Wähler regieren würden aber tatsächlich ist es so dass die dass die Herrschenden im Grunde genommen ihr eigenes Interesse haben und weiter herrschen wie je und je im Verhältnis zu den Regierenden weil es letztlich auf der Grundlage der bisherigen Umstände und Voraussetzungen gar nicht anders möglich ist erstens einmal weil diese Leute gar nicht wüssten wie sie es anders machen sollten und zweitens gibt es momentan auch gar keinen Grund ist die Masse der Menschen gar nicht das wäre der Masse der Menschen gar nicht vermittelbar also das totale Chaos wäre schon im Grunde genommen vorprogrammiert und nachdem ich jetzt hier erfahren habe dass meine Zeit für dieses Mal ich muss immer dazu sagen für dieses Mal nicht dass meine Zeit um ist das könnte man unter Umständen falsch interpretieren womöglich kommt dann noch jemand auf die Idee er müsste mich sterben lassen Quatsch aber man sieht es ist Zeit dass ich hier jetzt eben die Kurve Kratze nächstes Mal geht es weiter mit der Nummer 255 55 und einem gewissen Herrn Karl Japsas das war's Peace und Out und ein bis 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 zum nächsten Mal.